Hallo und herzlich willkommen zu einem kommentierten Gameplay. Ja, und zwar, da spür ich aufmischen, wie man sieht. Am Anfang habe ich mega Spaß probiert, aber da ist irgendwie nichts gegangen. Erstens habe ich noch Hitmarker gekriegt, wie man sieht, also halt, habe zwar nur einen Kill gemacht, glaube ich, mit der Spaß, aber egal. Und ohne Schaden kann man bei einem Spiel irgendwie ran sich. Und dann habe ich gedacht, ich spüre mal mit der MP5, da habe ich mit meinem zweiten Account gespielt, also mit meinem Fail-Account, Fail-Milk 122, da habe ich gedacht, ich zeig mal da, vielleicht kriege ich meine Karte ab, wie laufe ich, habe ich geschafft. Also ich habe da dann später dann noch zwei, oder zwei oder drei, nein drei, zwei, entschuldige. Zwei Candles habe ich dann mal erspielt, weil ich 25 zu 2 gekauft habe, da habe ich 24 zu 2. Ja, war recht angenehm, war recht, ja, Action, ja, kommt davon. Nimm das Sicht, nimm, ja, und da hat es mich gewundert, dass ich den überhaupt erwischt habe, mit der MP5 dazu, Stereo-Entfernung, hat mich ziemlich da. Ich habe jetzt mal Livestream gemacht, da habe ich gedacht, ich probiere mal, ich habe es probiert, nur Call of Duty solche Sachen, Online-Spielen, das geht nicht, das lag die ganze Zeit. Ja, mit meiner internen Verbindung, kein Wunder, ich habe nur 16.000er Leitung. Aber so nichts für Speed, in 360p, ich habe es mal probiert, in 480p, vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin, 480p probiert, nächstes Mal, ob ich das vielleicht auch mal hinbekomme. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr, was ich lagern soll, aber ja. Also heute auch nur, ich glaube, eine halbe Stunde gespielt, wenn ich überhaupt, ja, zusammengekommen von Norden, habe ich auch eine Vorschule gemacht, die Vorschule habe ich auch gekackt, aber ist ja nichts Neues bei mir. Ja. Also da hat mich gewundert, dass keiner von hinten gekommen ist oder so. Aber ich habe da eigentlich immer geschaut, dass hinter mir einer ist, vom Spawn her, also von meinen Leuten. Da bin ich runtergefallen, was ich eigentlich nicht wirklich wollte, aber dann sind die eh schon wieder an der Seite gespawnt, von dem her, das war ja lässig. Und ja, den habe ich noch gekriegt und der andere kämpft hinter dem Ding, also kämpft ja, geheimt ist ein Neuer, der hat eigentlich noch gewartet, aber der hat dann den, Gott sei Dank, mit dem Stealth-Fomb hergeholt. Das war mein Glück. Oder zumindest der ist dann von hinten gekommen, der ist hinten gespawnt, glaube ich, was ich so gesehen habe gehört. Dann sind sie bei C gespawnt, Herrschaft C. und da glaube ich, wenn ich, ich glaube, den hätte ich nicht gekriegt. Also da war das sicher verreicht. Und den habe ich auch nicht gekriegt, da war der sicher verreicht. Also, ich habe ziemlich viel Glück bei der Runde gehabt. Das war noch nicht. Es waren eigentlich auch ziemlich Noob-Gegner-Snaid, aber eigentlich schauen wir mal. Und da bin ich wieder das zweite Mal, glaube ich, gestorben. Ja, das zweite Mal. Da ist die Runde eh gleich wieder vorbei. Da noch ein B und der Rex. Ich meine, eh. Kein gegnerischer, Gott sei Dank. Aber, ja. Und da mache ich jetzt einen letzten Kill. Ja, war er mit 1 bei 5. Der 1-Score ist, äh, glaube ich, 24 zu 2, weil der Host ist da ausgestiegen. Und, ja. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.